Nachhaltigkeit im Webdesign wird zunehmend wichtiger und spielt eine entscheidende Rolle für die Zukunft vieler Unternehmen. In Zeiten, in denen der Fokus auf Umweltbewusstsein und Klimafreundlichkeit ständig wächst, müssen Firmen darüber nachdenken, wie sie ihre Webpräsenzen umweltfreundlicher gestalten können. Eine klimafreundliche Website ist nicht nur ein Beitrag zum Umweltschutz, sondern kann auch helfen, sich von der Konkurrenz abzuheben und das Markenimage positiv zu beeinflussen. Die Frage, warum Klimafreundlichkeit im Internet von Bedeutung ist, lässt sich leicht beantworten. Aktuellen Studien zufolge verursacht das Internet über zwei Prozent des globalen Energieverbrauchs. Auch wenn eine einzelne Website nur einen minimalen Einfluss hat, summieren sich die Effekte, wenn immer mehr Seitenbetreiber nachhaltige Maßnahmen umsetzen. Damit wird deutlich, dass jeder Unternehmer durch die Wahl eines grünen Webhosts und durch optimierte Website-Gestaltung zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks beitragen kann. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Außenwirkung, die ein umweltfreundliches Webdesign auf potenzielle Kunden hat. Immer mehr Menschen legen Wert auf Nachhaltigkeit, vor allem die jüngere Generation. Unternehmen, die sich aktiv mit Umweltthemen auseinandersetzen und dies in ihrem Online-Auftritt kommunizieren, können ihre Kundenbindung stärken und neue Zielgruppen erschließen. Ein gutes Beispiel ist die Implementierung von umweltfreundlichen Elementen in die Website, wie etwa die Verwendung von nachhaltigem Webhosting oder die Reduktion von Serveranfragen. Eine effektive Maßnahme zur Schonung der Ressourcen ist das Komprimieren von Bildern und das gezielte Laden von Videos. Der Einsatz von Catching-Technologien kann ebenfalls dazu beitragen, die Ladezeiten zu reduzieren und Energie zu sparen. Zudem fördert der Dark Mode nicht nur die Benutzerfreundlichkeit, sondern verringert auch den Energieverbrauch auf Seiten der Nutzer. All diese Maßnahmen sind einfach umsetzbar und tragen zu einem nachhaltigen Webdesign bei. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein klimafreundliches Webdesign sowohl ökologisch als auch ökonomisch sinnvoll ist. Unternehmen sollten die Gelegenheit nutzen, sich als Vorreiter in diesem Bereich zu etablieren und dies aktiv zu kommunizieren. Eine nachhaltige Website kann nicht nur das Unternehmens-Image verbessern, sondern auch helfen, neue Kunden zu gewinnen und die bestehenden Beziehungen zu festigen. Es ist an der Zeit, bei der Planung und Ausführung der eigenen Webpräsenz die Umwelt in den Fokus zu rücken und somit einen Beitrag für eine bessere Zukunft zu leisten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017